So kolorisch, oder rückwärtssynk, wenn du rückwärts klatscht. Hallo ihr kleinen Stinke-Schweinchen! Option, Speicherstand, Ladenspiel beenden. Mit diesen Worten begrüßt euch Robin Rottmann zur Folge Nummer 47 von den Schneckelsmodes. Nicht lang schnacken, wir kriegen das jetzt hin. In der letzten Folge ist es fast gefallen und ich habe so das Gefühl, dass ich hoffentlich jetzt, ich war auf Klo in der Pause, ich hoffe nicht, dass ich mein Mojo irgendwie verloren habe. Dass du es ausgekackt hast. Classic Mutombo. Classic Mutombo, einfach das Mojo ausgekackt. Das Mojo ausgekackt. Einfach rausgetorft, backwards. Ich glaube ja nicht. Ich bin normalerweise dafür bekannt, dass ich ein pessimistischer Mann bin. Mit relativ wenig Self-Esteem. Aber so gerade habe ich gutes Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Das klang gerade mega traurig. Ich wollte halt sagen, das klang so, als wenn du nicht viel von dir halten würdest. Dann würde ich gleich so einen kleinen Mutombo-Song anstimmen. Na, 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 na. Mutombo. Bin übelst abgerutscht gerade. Mutombo. Mutombo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da gibt es aber auch keine Ausrede. Da gibt es keine Ausrede. Robin Rottmann. Ja, man muss halt einfach auch so ein bisschen für sich lernen, dass es nichts war. Und manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Muss man auch mal reflektieren. Da muss man auch einfach mal reflektieren, dass das jetzt gerade nichts war. Das war nicht gut von mir. Nicht gut, fühlt sich nicht gut an. Das Gute ist, wenn du halt mehrere Kurven hast, dann hast du immer die Möglichkeit, deinen Grip nochmals zu justieren an deinem Controller. Ja. Habe ich so das Gefühl. Ich drücke aber auch relativ fest. Ja, wenn du Pause brauchst, sagst Bescheid. Zum Nachjustieren. Brauch'n Win. Das brauche ich. Außer Win, alles drin. Nur ein Win zählt jetzt gerade noch an dieser Stelle. Ich habe keinen Bock gehabt. Nee. Meat Love. You would do anything for win? I would do anything for Mutombo. Ich liebe diesen Song, ja. Ey, das ist einer der besten Songs der Welt. Ist so. Ist wieder spannend. Ist knapp, ja. Ist wieder sehr, sehr spannend an dieser Stelle. Wenig Kurven, um irgendwie was einzuholen. Ja, es ist wirklich... Bitte. Warte. Are you ready? Meine Augen! Du musst die Augen richtig weit aufreißen, damit du die Kurve siehst. Okay. Jetzt Dioptrien-Boost einstellen. Drei, zwei, Motombo. Scheiße! Boah, das war gar nichts. Da war die Pause auch zu lang, glaube ich. Entschuldigung. Was ich meine? Also es lag ja an mir. Ich habe ja meine Dioptrien nach oben geschraubt gerade. Bzw. eher nach unten geschraubt, denn ich bin kurzsichtig. Ich habe gestern Dr. Strange gesehen. Ja. Wäre auch gerne so. Dann würdest du dich erstmal... Was würdest du machen? Würdest du deine Daumenunfähigkeit heilen? Ich würde... Ich würde einfach... Also Dr. Dr. Mutombo. Dr. Strange. Dr. Mutombo, ja. Ganz genau der. Der Arzt, dem die Affen vertrauen. Dr. Mutombo. In der Hauptrolle Benedikt Cumberbatch. Scrimble Scratch. Dr. Mutombo. Dr. Mutombo. Landärztin aus Leidenschaft. Ich hätte die Zeit einfach so weit zurückgedreht, dass meine Hände wieder heil gewesen wären. Ich hätte die Zeit einfach so weit zurückgedreht, dass ich den Entwicklern von Rare erzählen hätte können, dass dieses Level keine gute Idee ist. Ich habe eine lange Zeit... Ist gut. Ist soweit? Fick dich. Drei, zwei, eins. Du hast lange Zeit? Gleich. Was ist denn bei mir jetzt passiert? Ich konnte nichts drücken. Was war das denn jetzt? Muss man da springen? Nee. Bist du da gesprungen? Nee. Der hat mich einfach erwischt. Pass auf. Weißt du, was ich gerade gerne machen würde? Ich würde gerne jetzt das Zurückspulen-Feature machen, um zu gucken, was da passiert ist. Nur um zu gucken, was da passiert ist. Ich will nicht bescheißen. Ist das okay, meine Kinder? Ist das okay? Ist das okay? Für euch? Für mich wäre es okay. Ich würde es nämlich gerne wissen. Ich habe nämlich gerade eine Vermutung und zwar, dass der Bug sich ans Ende des Levels geschlichen hat. Ja, wow. Und weiter geht's nicht? Nee, ich kann genau bis hier zurückspulen. Was ist das bitte? Fick dich ins Knie. Ich lasse das Zurückspulen-Feature jetzt mal an für den nächsten Run. Was machen wir denn, wenn das nicht machbar ist, Bambi? Fick dich! Was machen wir denn dann? Wir haben es doch geschafft. Es riech-, also, no offense, aber es riecht danach, dass sich der Bug dahin geschlichen hat. Weil, was soll ich denn tun? Ich bin passend angekommen. Vor allen Dingen, ich bin ja sogar hochgesprungen und dann wurde ich trotzdem erwischt. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, was du gemacht hast. Ich habe mich so sehr gefreut, dass das lief irgendwie. Aber, Robin, ich bin halt Spieler 2. Ja? Wenn, dann müsste der Bug doch bei mir zuschlagen, oder nicht? Ich bin einfach nur bis ans Ende gefahren. Vielleicht bist du zu früh stehen geblieben oder so. Vielleicht hast du aufgehört zu drücken. Nein, ich bin durchgefahren. Ich habe nicht aufgehört zu drücken. Machen wir jetzt weiter, oder was? Ja, klar. Ey, wir hatten es doch. Ist es gerade wirklich passiert? Es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Weißt du, wir reißen uns acht Episoden lang, oder länger, den Arsch auf. Stunden unseres Lebens. Verklingerwingert. Bloß, um dann so zu sterben? Wirklich? So hat das jetzt übrigens nochmal passieren. Ich habe das Rückspielfeature jetzt angelassen, weil... Ich lass mich vom Spiel nicht verarschen. Ich lass mich vom Spiel wirklich nicht verarschen. Wow, wir müssen es halt nochmal machen. Turbotunnel mussten wir auch nicht zweimal spielen. Boah, ich bin so froh, wenn wir dem Spiel endlich in den Arsch getreten haben. Guck mal, wie wütend ich bin, wie ich nach vorne fahre. Ich brenne mal ein bisschen. Ich spiele mega scheiße. Ich habe es gerade gut raus, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich kann nachziehen. Wir hatten es ja gerade beide, von daher. Ich bin ein bisschen fassungslos gerade. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich sagen soll. Weil dieses Spiel, das soll einfach, keine Ahnung, das soll sich einfach ins Knie fingen, ey. Ich bin super sickig gerade. Ich finde das sau bitter. Ich finde das wirklich ultra bitter. Vor allen Dingen, wir hatten es halt. Also wir waren wirklich beide durch. Und dann haut uns da das Ding auf die Fresse und... Wahrscheinlich war es die Bestrafung dafür, dass wir den Pausenknopf-Cheat quasi für uns entdeckt haben. Dann fährst du mir schon wieder davon gerade. Nein, nicht bremsen. Alles gut. Willst du gleich pausieren oder nicht? Ja. Das ist... Auf oder mit ja antworten... Ja. Ist immer schwierig. Ich will pausieren. Okay. Willst du pausieren? Ja. Ich habe gefragt, willst du pausieren oder nicht? Nicht zu weit hinten, ne. Ja, okay. Ja, wir denken 3, 2, 1. Ist nicht unmöglich. Ist ziemlich unmöglich. Ist ziemlich unmöglich jetzt, ja. Boop, 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 boop. Alter, wir hatten den Scheiß. Wir hatten ihn gerade. Es ist so ein Fleisch und Blut übergegangen, so. Lass uns wirklich diese... Lass uns wirklich die Pfeile tätowieren. Find ich super. Links, rechts, links, oben, unten, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Da müssen wir auch einen Gruß entwickeln. Der genau so viele Kommando-Eingaben erfordert von uns. Find ich super. Wenn du einfach irgendwelche... Wenn du ein paar Zockoholiker auf der Straße triffst, so, dann begrüßt du dich auch einfach so. Dauert halt einen halben Tag. Ja. Ich bin so pissig gerade. Wir hatten's. Und dann räumt der mich da einfach weg. So, was soll das denn? Ja, es ist ein bisschen aufgeholt gerade. Ich hoffe. Oh, ich bin sehr weit hinten. Oh, fuck. Ich hab's nochmal abgericht. Boah, wir haben... Kurz umgreifen. Drei, zwei, drei, zwei, eins. Mal eben an der Nase popeln. Ja, schade. Aber meiner wäre sehr solid gewesen gerade. Ja, aber meiner nicht. Ist das Problem. Vor allem, wir hatten's. Wir hatten's. Wir hatten's. Und für mich wirklich so... Einer der Orte, wo ich gerne hinmöchte, ist in das Entwicklerstudio von Ray, um zu wissen, was in ihrem Kopf vorgeht. Wir waren alle besoffen. Wie höre ich dir. Den ganzen Tag waren die einfach... Waren die einfach dicht. Hab ich scheiße gemacht. Pizza, oh lala. Willst du eine Pizza? Oh lala. Pizza, wunderbar. Oh, du bist viel zu weit vorne. Wollt mal stehen bleiben? Nee, lass mal. Bleib mal. War fast ein bisschen zu viel stehen geblieben sogar. Achso, oh. Entschuldigung, das war zu früh. War schon. 3, 2, 1. Ja, Fick ist es. Ja, du hast es gerade komplett raus. Ich nicht. Wahrscheinlich, wenn du dann wieder... Wenn du dich angegrooved hast oder so, dann bin ich wieder scheiße. Ist doch immer so. Robin, so läuft das doch. Alter, wir hatten es doch. In Battletoads Town. Ich habe gerade meine... Seit ich meine Controller-Haltung optimiert habe... Ich habe dir noch nicht davon erzählt, weil ich wollte es erstmal testen. So ein bisschen, ob das Sinn macht. Ich drücke mit meinem Daumen der rechten Hand, drücke ich von unten gegen den Controller, damit ich einen besseren Halt habe. Hier. Der Drücker. Der Drücker ist es. Der hier. Der macht das, Robin. Da kommt der Skill her. Das ist mein Geheimnis, das ich dir verraten habe. Alle Battletoads Speedrunner machen das so. Das ist der Motombo. Die Motombo-Kralle. Beziehungsweise unter den, äh... Beziehungsweise unter den amerikanischen Speedrunnern wird's der Motombo genannt. Ja, du lachst. Du lachst, bis du es selbst ausprobiert hast. Einmal gepoppt, niemal gestoppt, ey. Alter, du bist schon wieder... du p-st mir komplett davon. Ich bin offiziell scheiße. Du bist gut, ich bin... Hier, ey, ich... Hi. Ich bin der da hinten. Du fällst grad komplett weg. Ey, wenn ich grad genauso gut wäre wie du... Wie schön wäre es, wenn wir dich einfach ausklinken könnten gerade. Boah, bist du gemein. Ne, Robin. Entweder zusammen oder gar nicht. Das ist auch ne... das ist ne klassische Motombo-Regel. Classic Motombo. Zusammen oder gar nicht, Motombo 2016. Ich würd's auch ganz gerne einfach schaffen. So, das ist halt... Nein, echt! Soll ich dir was sagen? Wir haben's sogar geschafft. Oh, krass. Oma, wenn der war noch nie outrunnt. Ja, da kommt schon wieder. Outrun heißt übrigens eines, äh... Dieses Dingsbums-Spiel. Welches Dingsbums-Spiel? Ich werd mal ein bisschen stehen. Welches Dingsbums-Spiel? Ähm... Wir hatten doch vorhin über so Synthwave, ähm... Das hieß nicht Outrun. Nicht, aber Outrun ist so ein altes Spiel. Das ist die Spotify-Liste, die Outrun heißt. Soll ich noch mal stehen bleiben? Wie's dir recht ist. Okay. Immer wieder. Oh, das... Drei, zwei, eins. Come on! Ah, fuck. Ah! Fuck you! Fuck you! Ich bin doch... Ich bin doch... Okay. Sorry, ich hab nicht gedrückt. Pass auf. Ich spur jetzt soweit zurück, wie's geht. Ich lass mich jetzt nicht verarschen. Okay. Bist du soweit? Ja. Okay. Warte. Okay. So. Okay? Ja. Okay. Dann ist das nicht schaffbar. Robin. Ich glaub... Ich hör dir, das ist nicht schaffbar an der Stelle. Weil er dich überfährt und dich totmacht. Das ist nicht schaffbar. Ja, warte. Ich bin doch immer weiter hinten. Wir versuchen das jetzt noch zwei, drei Mal. Einfach nur, dass ich weiß, woran es liegt. Weil jetzt sind wir gleich auf. Es ist mir scheißegal. Es ist mir absolut scheißegal, dass wir... Pass auf. War uncool, dass wir zurückgespult haben. Aber ist mir scheißegal, okay? Wir haben es zweimal geschafft. Wir haben es zweimal geschafft. Wir haben es zweimal geschafft. Wir haben es zweimal das unmögliche wahr gemacht. So. An dieser Stelle. Zweimal das unmögliche wahr gemacht. Ist okay. Ficken, Alter. Fick dich ins Scheißknie. Was müssen wir jetzt tun? Ach ja, das war so ein Spiel. Ich hab das schon wieder... Wo schlägt man da? Okay. Man muss ja die zweite Hand an den Controller nehmen. Ich bin... War ich überfallen. Nicht mich hier rum. Oh, ich bin irgendwie tot, glaub ich. Es fühlt sich ein bisschen schmutzig an. Aber es ist okay, oder? Ich, ich, einer von beiden. Rob, ich, einer von beiden. Oh. Ein Glück, dass wir hier nicht verlieren können. Ey, das ist... Das haben wir uns aber verdient. Warte, 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 bleib mal weg. Robby. Das ist mal. Großen Absprachen, zokologisch. Geh weg. Fuck. Du musst es von oben erstmal runterschlagen. Genau, und dann hiebst es hoch. Jetzt. Schön, jetzt weg damit. Du ekliger Drecks-Typ! Jetzt hast du... Okay, Bami, du bist der Meister dieses Levels. Good call! Boah, wie viele Hits das Scheiß-Ding auch braucht. Okay, lass mich irgendwie noch mal einen Versuch machen hier. Wow, fick dich doch. Fährt über mich drüber einfach, als wäre es nichts. Genau, jawoll, jawoll! Juggle! Juggle! Oh Gott. Jetzt habe ich mir noch einen gesammelt, schnell. Come on, do it. Please don't skip me. Beim Aufheben so, nein. Boah, ganz ehrlich, das Spiel ist so eine Scheiß-Bitch. Wow. Okay, Phase 2. Wow. Ganz ehrlich, das ist nicht nur der uninspiriertste Endgegner aller Zeiten, auch der beschissenste. Ja, macht Spaß. Wäre so viel Spaß wie Herpes. Oh. Robin, ganz im Ernst, du hast alles vergessen, oder? Geh weg! Enden, Robin, deck an die Enden! Schlag nicht drauf! Oh nein. Du hast nicht! Ich habe ihn hier hochgelegt, hast du gesehen? Hier. Wie? Schön. Oh, komm. Gibst du dem Scheiß- Oh. Wow. Fuck. Dein fucking Ernst? Fuck! Fuck! Then I would do anything for love, and I'll be there till the final act. Fuck! I don't wanna close my eyes! I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe! Not, and I don't wanna miss a- Lass es uns gut sein für diese Folge. Erstmal ein Ding schluck aus der Zosche, ey, mein Freund. Das kannst du... Das müssen wir uns auch... Wie viele Folgen waren das jetzt? 18? Ich fühlte 25, ich weiß nicht, aber 8 Folgen waren es unter Garantie. Wir haben es zweimal geschafft. Ich fühle mich nicht schmutzig, dass wir zurückgespult haben. Ich glaube, es war RNG. Nee. Nee, ganz ehrlich, nein. Ein kleines bisschen schmutzig, finde ich, muss man sich schon fühlen, aber... Nee. Wenn wir es nicht heute zweimal geschafft hätten, und wir hatten offensichtlich, ganz offensichtlich hatten wir zwei gute Runs, so. Und ich kann immer noch nicht genau sagen, warum es am Ende dann jetzt geklappt hat. Also, was der Unterschied war. Wir waren halt gleich auf, und keiner von uns war irgendwie hinter dem anderen oder so. Aber das kann es ja wohl echt nicht sein. Oder? Rare. Das kann es ja wohl echt nicht sein. Ne? Ich würde gerne mal wissen, so nach offiziellen Wettkampfregeln, so, ob uns das anerkannt werden soll. Nach offiziellen Rare-Regeln? Hm. Ja, aber das Level, das haben wir, das haben wir, das haben wir geregelt. Das haben wir endlich geregelt, Alter. Boah, wir haben es geschafft, Leute. So, wir sehen uns nächstes Mal wieder, ähm. Und ich glaube, wir sind jetzt im letzten Level der Toads. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist das letzte Level. Wenn du denkst, schlimmer geht nicht mehr, kommt ein Turbotunnel daher. Wie man, wie man so schön sagt. Bis nächste Woche. Tschüss. Bier. It's so tasty, Robin. It's so tasty. Hm. Hm. Fuck yes. Äh.